Dieses Auto ist für uns das typischer Tag gewesen für die zukünftigen O-Mann-Tazen-Fahrzeuge von Audi. Der Audi-Anhalt hat den Anfang gemacht, weil Audi-Anhalt in Vordergrund Status und Prestige. Bei diesem Fahrzeug hier ganz eindeutig, den man Sportlich hat, Sportlich hat und Prozessivität. Dieses Auto ist die Essenz von dem Audi-Anhalt in Vordergrund und damit die Essenz der neuen Design-Fahrzeuge. Ich stelle dir den Rüsten das Versprechen ein, dass wir im Markt haben, den Audi-Anhalt in diesem Auto ein. Dieses Auto ist die neue Form des Pontus Riesburg, der neue Audi-Anhalt in Vordergrund. Er ist das dynamische, sportliche Gesicht der Oberklasse von Audi. Diesen Charakter unterstützt natürlich als Single-Frame, der so tief wie es noch nie als Single-Frame war, aber extrem weit. Das wurde unterstützt durch extrem starke Schallrechnungen. Ich bin besonders stolz auf das neue Tagverdicht, das Digitalisierung...